Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5351. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Ich habe Zahnschmerzen. Der linke Backenzahn tut weh. Ich habe Zahnschmerzen. Der linke Backenzahn tut weh. Hast du auch schon Erfahrung mit virtueller Realität? Für mich ist das neu. Hast du auch schon Erfahrung mit virtueller Realität? Für mich ist das neu. Erfolgreiche Hautpflege zielt darauf ab, die jugendliche Frische und Spannkraft der Haut zu erhalten. Erfolgreiche Hautpflege zielt darauf ab, die jugendliche Frische und Spannkraft der Haut zu erhalten. Erfolgreiche Hautpflege zielt darauf ab, die jugendliche Frische und Spannkraft der Haut zu erhalten. Du kennst mich. Du hast sofort verstanden, was ich meine. Du kennst mich. Du hast sofort verstanden, was ich meine. Du kennst mich. Du hast sofort verstanden, was ich meine. Wie soll ich deine Haare stylen? Hast du heute besondere Wünsche? Hans wählt seine Worte rücksichtsvoll, um Missverständnisse zu vermeiden. Hans wählt seine Worte rücksichtsvoll, um Missverständnisse zu vermeiden. Wir motivieren uns gegenseitig. Nur so können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Für Wissenschaftler sind Mikroskope wichtig, weil sie so auch ganz kleine Lebewesen erforschen können. Für Wissenschaftler sind Mikroskope wichtig, weil sie so auch ganz kleine Lebewesen erforschen können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und folgens dich. Und sch記得 Ernst Gapolaas. Für Wissenschaftler sind mich geschnitten. Untertitelung des ZDF, 2020